Hallo und herzlich Willkommen bei Let's Play Crash Bash Part 130 Und weiter geht es Mit Gesal Was unheimlich schwierig wird Wegen diesem scheiß Torpedo Ach du Scheiße Das macht mich sofort tot oder was Und ich habe keine Miene 3, 2, 1, los Aha Verdammt Ich habe ja gesagt, es ist schwierig 2, 1, los Ah, lass mich in Ruhe Ah 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 Nein Warum twist du nie Crash 3, 2, 1, los Hallo, wie oft hast du das? Ah Selbst wenn man getroffen ist, X-Miles tötet einen 3, 2, 1, los Verdammt Wo bist du da hingefahren? Ich habe noch gar nicht gelenkt 3, 2, 1, los Drei, 2, 1, los Was sollte das? Du solltest das nicht nach oben fahren. Ich kann doch auch sagen, nach unten fahren. Nein, wo kam der Schuffer her? Drei, zwei, eins, los! Drei, zwei, eins, los! Warum immer auf ich? Warum, wohin schießt du? Wohin schießt du? Er war direkt vor dir, weil es ihn treffen müssen. Drei, zwei, eins, los! Du schießt daneben. Los! Wohin fährst du? Wohin fährst du? Du solltest ja gerade ausfahren. Drei, zwei, eins, los! Die ziehen immer nur auf mich. Drei, zwei, eins, los! Hallo! Nicht nur auf mich! Du willst auch gegenseitig bekämpfen. Es ist schwer! Ja! Los! Das war's für heute. So geht das Der eine töte den anderen Und ich töte den hinteren So geht das So kann man gewinnen Und jetzt zum Goldrelikt Aber ich sage zum Relikt Das wird lustig Drei Zwei Eins Los Verdammt Drei Zwei Eins Los Zwei 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 X Zwei Zwei occurred Zwei entonces ist CK OW eigentlich which ist I I here I を Wo entfährst du? Ja, 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 ja. Ja! Haha! Du gewinnst. Taktische Schorgen ist halt einfach nur geil. Drei, eins, los! Los, fahr los. Hallo! Du versagst. Wie hast du getroffen? Ich hatte Schutzschild. Ich hatte Schutzschild. Wie hast du getroffen? Gar nicht. Also kein Schaden müsste es eigentlich geben. Und trotzdem tot. Wie hast du geschillant? Wo hast du getroffen? Ja! We Hauf! Hey! Ai ja, Mann. Konsequenter Beschuss. Das ist auch eine Möglichkeit. Wo entfährst du? Was machst du da, Crash? Das ist verdammt blöd, wenn man, wenn keine, oh. Du, toll. Wenn wir jetzt hier gucken, Augen, äh. Drei, zwei, eins, los. Na, wo fährst du hin? Ich hab gesagt, du sollst dich drehen. Du hast es nicht getan. Eins, los. Hey, hey, hey. Nein! Wohin schießt du? Wohin schießt du? Drei, zwei, eins, los! Und warum beballern die nur mich? Du versammt... Warum müssen Tainys Schüsse immer so viel Schaden machen? Wohin fährst du? Ich hab doch gar nicht gesagt, nur oben! Habe ich gesagt, seitwärts fahren? Nein! Habe ich gedrückt! Du hast es nicht getan! Drei, zwei, eins, los! Drei, zwei, eins, los! Drei, zwei, eins, los! Wie konnte er durch den Durchschießen? Drei, zwei, eins, los! Wohin schießt du? Wohin schießt du? Letzter, drei, eins, los! Wohin schießt du? Drei, zwei, eins, los! Hallo! Warum macht er so viel Schaden? Und ich würde sagen, hier beende ich den Part. Und das war Let's Play Crash Bash Part 130. Und bis zum nächsten Part. und bis zum nächsten Video! Das war's.